so yo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja erst mal ja was gibt es heute hier live commentary wollte ja schon habe ja schon angekündigt und jetzt geht's ab hier hoffe ich halleluja oder kommen sie leute oh mein gott der öffentliche wieder park um wieso keine ahnung was bugs bunny sagen sie ja immer alle ja genau was ich jetzt hier raus holt schaut euch an in meinem team viska 96 basa 1 2 3 so ein richtig schöner faker das muss es ja auch geben man drohne leute wo ist drohne hat kein teammate drohne alter geht mir jetzt schon wieder auf den sack halleluja slums ist auch nicht so meine map kommt spawn die spawn halt auch nicht und jetzt verlieren wir auf einmal er geht mir das auf den sack komm schon c das wird schon mal richtig schöner start dann mit dem orbi oh mein gott war das peinlich leute habt ihr habt es auch gesehen ja sicher ob das gehen bittiger ne bitter geht es schon echt nicht mehr bitter geht es nicht es wird wieder so bitter oh mein gott ich muss hier schon wieder so schwitzen irgendwann mal einmal mit facecam commentary live commentary meine ich halt man komme dass der vierte richtigen fresse ball hat und dann mensch alter was soll das die leute eigentlich um die zeit wo ich das video jetzt hier aufnehmen eigentlich wäre ich da im kino aber nein fast in frühes ist natürlich ausverkauft was geileres gibt es ja gar nicht meine fresse alter das sind schon wieder ich finde alle black ops 2 ist so ausgelutscht deshalb spiele ich das auch nicht mehr online eigentlich aber man ich habe es heute schon zwei stunden oder so online gespielt und habe mich nur aufgeregt oder so so richtig hartrack rissen habe ich nichts leute schaut sich an 13 7 alter das geht gar nicht klar ich hause es einfach schaut euch an herrschaftspunkte laufen perfekt 210 so leute zweite abzeit wird geiler auf mal schaut sich an erster halbzeit 13 käse hinbekommen auch wenn ich eingetragen bin aber trotzdem ja der denkt auch er wäre das ach du scheiße halleluja was geht hier ab oh mein gott leute man so viele halleluja halleluja immer wieder halleluja aber habt ihr gemerkt wie wieder gespettet habe ich glaube es ja gar nicht und der joint wieder der wiskar 96 basa faker rein halleluja halleluja oh im fehl des todes 21 10 oh mein gott komm schon ist deine hühnerhaufen die versammeln sich da wie auf dem hühnerhof im hühnerstall ja wohl ein hammer 22 11 scheiße ich hasse es ich bin auch dauerhaft im scoreboard alter auf was konzentriere ich mich eigentlich gerade mehr aufs scoreboard oder aufs spiel oh mein gott hätte ich den geholt meine fresse alter zurzeit ist black ops 2 ja unspielbar ohne scheiß wieder try hard die hier schwitzen wie nochmal was wie ich halt aber es nützt nichts oh mein gott ja man oh mein gott ich war so unter druck wieder dann macht man solche faxen schon wieder ein halbes rage video hier obwohl ihr eigentlich ganz normales live commentary hier aufnehmen wollt kommt sowas wieder dabei rum denkt ihr ich plan das leute ja man oh halleluja ey ich bin so im spawn aber kein teammate ist auch da schau mal 18 15 obwohl ich keine ahnung am anfang zwar reingejoint bin aber trotzdem so schlechte teammates wieder ich bekomme immer die schlechten teammates ja du bist auch der größte noob oh shit ja scheiße leute alter nicht mal in orbi heute rauskauen scheiße man ja aber leute wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr sagen wir es so mal wenn ihr auch in fast and furious geht oder schon wart schreibt es mal eure meinung zum film in die kommentare aber nicht ähm wie heißt spoilern den film nur eure meinung wie er war und ja wenn euch das video trotzdem gefallen hat lasst den daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal